Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Museumsbesuch. Familie Wutz macht heute einen Ausflug ins Museum. Papa, was ist ein Museum? Es ist ein Haus voll mit alten und interessanten Dingen. Älter als du? Ja, noch viel älter als ich. Oh, wirklich alt. Ein Raum ist voll mit Dingen, die vor langer Zeit einer Königin gehörten. Oh, den muss ich unbedingt angucken. Und in einem Raum steht ein echter Dinosaurier. Boah, Sousia. Hallo Mama Wutz. Hallo Frau Mümmel. Und für wie viele Personen? Zwei große und zwei kleine. Sousia. Und ein Dino. Peppa will zuerst den Raum mit den Sachen der alten Königin sehen. Boah. Sousia. Schorsch will lieber gleich den echten Dinosaurier angucken. Keine Sorge, Schorsch. Wir gehen gleich zum Sousia. Peppa, hier kannst du dir all die Sachen von der Königin genau angucken. Guck, Peppa. Das ist ihr kostbarer Stuhl. Es ist ein Thron. Wie schön der ist. Und hier ist ihr Kleid. Das funkelt aber. Schau mal hier. Das ist ihre goldene Krone. Boah. Die war bestimmt teuer. Mama, wo ist der Königsfernseher? Den gab's damals noch nicht. Kein Fernseher? Gab es auch keine Computer? Nein, die gab es damals auch noch nicht. Was haben die dann gemacht? Mama, als Königin kann man so viel Kuchen essen, wie man möchte. Peppa stellt sich vor, sie wäre Königin. Königin? Hm, köstlich. Hm, köstlich. Darf ich euch sonst noch etwas bringen, Majestät? Ja, mehr Kuchen. Sofort. Kommt, wir gehen weiter. Ich komme schon. Papa, ich bin die Königin. Du musst dich verbeugen, wenn du mit mir sprichst. Oh, ich bin untröstlich, königliche Hoheit. Wer seid ihr überhaupt? Na, euer Papa. Hm, das muss sehr aufregend sein. Ja, das kann ich euch versichern. Was ist das für ein Raum? Das ist der Dinosaurierraum. Der Dinosaurierraum? Schorsch, das ist der Dinosaurierraum. Wo ist denn der Saurier? Er ist hier irgendwo. Ich sehe ihn nicht. Vielleicht ist es ein Minisaurier. Eigentlich ist er sehr groß, Peppa. Boah. Das sind die Knochen eines echten Dinos. Saurier. Ja. Schorsch stellt sich vor, er wäre ein riesiger Dinosaurier. Ah. Ein Dinosaurier. Hilfe, Hilfe. Der Dinosaurierraum ist Schorsch' Lieblingsraum. Mein Lieblingsraum ist der mit den Königinnen-Sachen. Ich glaube, Papa Wutz hat auch schon seinen Lieblingsraum gefunden. Welchen Raum meinst du denn? Den Raum mit den Kuchen. Papas Lieblingsraum ist natürlich das Museums-Café. Setzt euch zu mir. Oh ja. Das ist der schönste Raum. Schorschs Geburtstag. Heute ist Schorschs Geburtstag. Es ist noch sehr früh am Morgen. Schorsch, es ist viel zu früh. Sousia. Geh zurück ins Bett. Klingt, als wäre da jemand schon frisch und munter. Herzlichen Glückwunsch, Schorsch. Schorsch hat mich geweckt. Du hast auch alle geweckt an deinem Geburtstag, Peppa. Das ist was anderes. Das war mein Geburtstag. Und heute ist Schorschs Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, Schorsch. Hier ist dein Geschenk, Schorsch. Sousia. Ich wusste, dass es irgendein Dinosaurier-Ding sein würde. Drück mal auf seinen Bauch. Wie schrecklich. Schorsch, ich habe dir eine Geburtstagskarte gemalt. Rat mal, was ich dir gemalt habe. Schorsch kann es nicht erraten. Ich wollte dir eine Blume malen. Schorsch mag keine Blumen. Aber dann habe ich dir etwas anderes gemalt. Einen Sousia. Das ist ein sehr schönes Bild, Peppa. Ja, ich kann sehr gut malen. Jetzt machen wir noch einen Ausflug als besondere Geburtstagsüberraschung für Schorsch. Yippie, los geht's. Wohin fahren wir denn? Ihr werdet schon sehen. Die Familie fährt los zur Geburtstagsüberraschung für Schorsch. Gehen wir in den Zirkus? Nein, aber es ist genauso gut. Ähm, gehen wir ins Kino? Nein, viel besser. Ich komme nicht drauf. Wohin fahren sie bloß? Wir sind da. Familie Wutz ist am Museum angekommen. Warum sind wir am Museum? Kommt mit, ihr werdet schon sehen. Was könnte Schorschs Geburtstagsüberraschung wohl sein? Schorsch, was magst du am liebsten auf der ganzen Welt? Sousia. Uh, Sousia. Schorschs Geburtstagsüberraschung ist ein Besuch in der Dinosaurier-Ausstellung. Schon wieder diese blöden alten Saurier. Sousia. Hab keine Angst, Schorsch. Das ist kein echter Dinosaurier. Das ist nur ein Roboter. Guck, wenn du dich hier hinstellst, dann... Und jetzt gibt es noch eine andere Überraschung. Alle Freunde von Schorsch und Peppa sind da. Überraschung! Frau Löffel hat Schorsch einen Geburtstagskuchen gebacken. Wer erwähnt denn wohl, was für ein Kuchen das ist? Dinosaurierkuchen? Tatsächlich! Wie gut du das geraten hast, Peppa. Herzlich willkommen, Schorsch! Und es gibt noch eine letzte Überraschung. Freut mich! Was könnte die letzte Überraschung wohl sein? Was glaubst du, ist das, Peppa? Vielleicht hat es ja wieder was mit Dinosauriern zu tun. Oh, was ist das? Hihi, es muss nur noch aufgepumpt werden. Ich weiß es, ich weiß es! Es ist eine Hüpfburg! Peppa liebt Hüpfburgen. Aber wenn es für Schorsch ist, warum hat es nichts mit Dinosauriern zu tun? Ha ha! Es ist ein Dinosaurier! Ein Hüpf-Dinosaurier! Hurra! Schorsch liebt Hüpf-Dinosaurier. Alle lieben Hüpf-Dinosaurier. Ist das toll! Herzlichen Glückwunsch, Schorsch! Die schläfrige Prinzessin Für Peppa und Schorsch ist es Zeit, ins Bett zu gehen. Gute Nacht, ihr beiden! Mama? Papa? Ja, Peppa? Krieg ich noch eine Gute-Nacht-Geschichte? Aber vielleicht will Schorsch keine Geschichte mehr hören. Schorsch, willst du eine Geschichte? Sag ja! Na gut, das ist aber eine große Ausnahme. Und danach wird sofort geschlafen? Heiliges Schweine-Ehrenwort? Versprochen! Hm, ich glaube, ich erzähle mal das Märchen von der schläfrigen Prinzessin. Ist das ein gutes Märchen? Es klingt nicht so gut. Nur die Ruhe. Es ist wirklich gut. Kommt eine kleine Prinzessin vor? Papa, wenn du ständig sprichst, kann Papa Wutz nicht erzählen. Okay, Mama. Kommt denn jetzt eine Prinzessin drin vor, Papa? Hoho! Ja, es kommt eine Prinzessin vor. Hm, die schläfrige Prinzessin. Vor langer Zeit lebte in einem Schloss eine kleine Prinzessin. Man nannte sie die schläfrige Prinzessin. Papa, warum hieß sie so? Das kommt später. War die schläfrige Prinzessin schön? Ja, sie war sehr schön. Deshalb sah sie sich auch so gerne im Spiegel an. Ich bin wunderschön. Und wer hat noch im Schloss gelebt? Äh, ja. Bei der Prinzessin lebten sonst noch der kleine Prinz und Mama Königin und Papa König. Das stimmt, die lebten auch noch alle da. Hatte der König einen Dickbauch? Keinesfalls. Er sah gut aus. Wie? Außerdem gab es da auch noch einen Drachen. Saurier. Dinosaurier. Oh ja, es war kein Drache. Es war ein Saurier. Es war ein großer, grimmiger Dino. Oh je, vielleicht war der Dino doch nicht ganz so grimmig, oder Papa? Tut mir leid. Nein, der Saurier war sehr freundlich. Er aß eine Menge Gras. Papa Wutz. Papa Wutz. Ups, hoppla. Das war doch nur der Dino. Papa, warum nannte man die Prinzessin schläfrig? Also das war so. Die Sonne ging unter und der Mond und die Sterne gingen auf und alle wurden schläfrig. Aber am schläfrigsten von allen war die schläfrige Prinzessin. Peppa, bist du müde? Nein, Papa. Ich bin überhaupt nicht müde. Jemand anderes schon. Schorsch, wach auf. Du verpasst das Ende vom Märchen. Wenn auch Peppa nicht schläfrig ist, die schläfrige Prinzessin war es. Tag ein, Tag aus in den Spiegel zu gucken, hatte sie völlig erschöpft. Ich bring dich jetzt zu Bett. Gute Nacht. Die schläfrige Prinzessin war so schläfrig, dass sie sofort einschlief. Danke für das Märchen, mein König. Zu Diensten, Majestät. Eine wahrhaft königliche Gute-Nacht-Geschichte für kleine Prinzen und Prinzessinnen. Sausia ist weg. Schorschs Liebling ist ein Dinosaurier. Sausia. Schorsch liebt seinen Dinosaurier. Schorsch jagt Peppa gern mal einen Schrecken ein. Beschrecklich. Beim Mittagessen sitzt der Saurier neben Schorsch. Wie bitte? Warst du da, Schorsch? Oder war das der Saurier? Saurier. Wenn Schorsch badet, nimmt er seinen Dinosaurier mit in die Wanne. Schorsch kann nur schlafen, wenn sein Saurier neben ihm liegt. Schorsch spielt gern fliegender Saurier. Und natürlich landender Saurier. Peppa und Papa Wutz spielen Dame. Ich gewinne, Papa. Oh, gut gemacht, Peppa. Schorsch? Schorsch, was ist passiert? Saurier. Schorsch, suchst du deinen Dinosaurier? Schorsch ist traurig ohne seinen Saurier. Keine Bange, Schorsch. Wir finden deinen Saurier. Wir brauchen einen Detektiv. Papa, was ist ein Detektiv? Ein Detektiv ist ein sehr gewitzter Mann und ein guter Sachensucher. Ich, 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 ich kann ganz gut Sachen suchen. Also gut, Peppa ist der Detektiv. Schorsch, ich bin der Detektiv. Ich suche jetzt für dich deinen Saurier. Vielleicht sollte der Detektiv Schorsch ein paar Fragen stellen. Schorsch, sag, wo ist dein Dinosaurier? Schorsch weiß das doch nicht. Der Detektiv könnte versuchen zu erraten, wo Saurier steckt. Ich hab's. Ich weiß, wo er ist. Schorsch nimmt seinen Dinosaurier immer mit ins Badezimmer. Also ist der Dinosaurier in der Wanne. Aber im Bad ist er nicht. Oh. Ach so, ich weiß. Ich weiß, wo Saurier steckt. Schorsch würde niemals ohne seinen Dinosaurier schlafen gehen. Also kann er nur im Bett sein. Aber im Bett ist er auch nicht. Oh. Vielleicht sollten wir im Garten nachsehen. Ja, im Garten. Das wollte ich auch gerade sagen. Wo ist bloß Saurier? Der Dinosaurier ist wirklich schwer zu finden. Saurier ist futsch. Ich geb's auf. Schorsch, du spielst doch so gerne fliegender Saurier. Vielleicht flog dein Saurier dieses Mal ein bisschen zu hoch. Da ist er. Da ist er. Ich hab ihn zuerst gesehen. Gut gemacht, Peppa. Du bist wirklich eine gute Detektivin. Saurier. Schorsch ist so froh, dass er seinen Saurier wieder hat. Hui. Fliegender Saurier sollte man tunlichst nicht unter Bäumen spielen. Saurier. Rätsel Peppa und ihre Familie gucken ihr Lieblingsprogramm im Fernsehen. Inspektor Kartoffel Ich bin Inspektor Kartoffel, der weltberühmte Detektiv. Oh! Bitte helfen Sie mir, Herr Detektiv. Ich kann meine Blume nirgends finden. Ihre Blume ist exakt auf Ihrem Kopf. Oh, danke, Herr Detektiv. Das war einfach. Das kann ich auch. Hoho, da bin ich ganz sicher, Peppa. Papa, wenn ich groß bin, will ich ein berühmter Detektiv werden. Schorsch will auch Detektiv werden. Wenn ihr Detektive sein wollt, dann braucht ihr erstmal einen Hut. Detektive brauchen immer Hüte. Jetzt seht ihr aus wie zwei echte Detektive. Und wir brauchen so ein komisches Ding, mit dem alles ganz groß aussieht. Du meinst eine Lupe. Ich glaube, wir haben einen in der Küchenschublade. Na, bitte. Eine richtige Lupe für euch. Boah. Wie funktioniert die? Halt sie irgendwo davor. Dann sieht es größer aus. Die Lupe lässt den kleinen Fisch groß aussehen. Kann ich auch mal, Mama? Ui. Durch die Lupe sehen Schorschs Augen sehr groß aus. Hoho. So, jetzt fehlt euch Detektiven nur noch ein Rätsel, das ihr lösen könnt. Papa, was denn für eine Brezel? Ein Rätsel. Das ist etwas, womit sich Detektive beschäftigen. Zum Beispiel, verlorene Sachen wiederzufinden. Ich weiß was. Wir suchen Schorschs Gummidinosaurier. Der geht doch immer verloren. Sousia. Der Dinosaurier ist nicht verloren gegangen. Oh. Wie wär's mit deiner Brille, Papa? Die ist doch so oft verschwunden. Hohoho. Aber nicht heute. Guck mal, ich hab sie auf. Das ist nicht fair. Nirgends sind irgendwelche Brezel. Soll ich dir vielleicht mal ein Rätsel stellen? Ja, bitte. Papa Wutz denkt sich ein Rätsel aus. Also, was ist auf dem Tisch? Der kleine Fisch, Teddy, das Schachtelmännchen und Herr Dinosaurier. Das stimmt. So, jetzt guckt noch mal ganz genau und prägt euch alles ein. Der kleine Fisch, Teddy, das Schachtelmännchen und Herr Dinosaurier. Habt ihr euch alles gemerkt? Ja. Na gut. Jetzt müsst ihr für einen Moment rausgehen. Ich rufe euch, wenn ich fertig bin. Das hört sich an, als ob Papa nach oben geht. Und jetzt kommt er wieder runter. In Ordnung. Jetzt könnt ihr wieder reinkommen. Eine Sache fehlt jetzt auf dem Tisch. Wisst ihr welche? Herr Dinosaurier ist da. Der kleine Fisch. Schachtelmännchen. Also, wer fehlt dann? Ähm, Teddy. Stimmt genau. Teddy ist weg. Gut gemacht, Pepper und Schorsch. Das war ganz einfach für uns. Wir sind berühmte Detektive. Ah, das war auch nur das halbe Rätsel. Wo ist Teddy hin? Oh, weiß ich nicht. Was sind denn das für kleine Dinge auf dem Boden? Das sind Kuchenkrümel. Durch die Lupe kann man die Kuchenkrümel sehr gut erkennen. Ich frage mich, ob Teddy Kuchen gegessen hat. Und die Krümel führen hier entlang. Teddy hat aber viel Kuchen gegessen. Die Krümel führen ins Kinderzimmer von Pepper und Schorsch. Oh, hier sind keine Krümel mehr. Wie können wir Teddy finden? Du kannst mir Fragen stellen. Aber ich antworte nur mit Ja oder Nein. Okay. Ähm, ist Teddy hier im Zimmer? Ja. Ist Teddy in Schorsch's Bett? Nein. Ist Teddy irgendwo hoch oben? Ja. Teddy ist in meinem Bett. Hurra! Das Rätsel ist gelöst. Willst du immer noch Detektiv werden, wenn du groß bist, Pepper? Detektiv sein ist ziemlich schwer. Nächstes Mal will ich derjenige sein, der das Rätsel stellt. Genau wie du, Papa. Die Zugfahrt. Peppa und ihre Freunde machen heute eine Zugfahrt. Herr Löffel ist am Schalter. Wie viele Fahrscheine? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn Kinderfahrscheine und einen Lehrerfahrschein, bitte. Bitte, Kinder, die Fahrscheine nicht verlieren. Darf ich bitte die Fahrscheine sehen? Ähm, mein Fahrschein ist weg. Armer Pedro. Du musst besser aufpassen. Da ist dein Fahrschein. Oho, verliere ihn aber nicht noch mal. Da kommt der Zug. Tuff, Tuff. Frau Mümmel ist die Lokführerin. Alles einsteigen. Hurra! Tufti-Tapp, Tufti-Tapp, der Züftler fährt jetzt ab. Keuch und schnauf, Keuch und schnauf, Tuffiti-Tuffiti-Tapp. Annoch, ihr sind eure Arbeitsblätter. Oh. Die Kinder sollen nach allem Ausschau halten, was auf dem Arbeitsblatt steht. Ein Boot, ein Signalpfosten und ein Tunnel. Ich sehe Bäume. Sind Bäume auf dem Blatt? Äh, nein. Und ich sehe Wolken. Sind Wolken auf dem Blatt? Nein. Ich sehe Opa Clef. Ahoy-Ou! Hallo, Opa Clef. Ist Opa Clef auf dem Arbeitsblatt? Aber, Peppa, mein Opa ist doch nicht auf dem Arbeitsblatt. Aber er fährt mit einem Boot. Und ein Boot ist auf dem Blatt. Hurra! Die Kinder haken das Boot auf dem Arbeitsblatt ab. Fahrscheine, bitte. Herr Löffel kontrolliert bei allen die Fahrscheine. Ähm, ich habe meinen Fahrschein wohl verloren. Oh je, Bine. Da ist doch dein Fahrschein, Pedro. Du hast auf ihm gesessen. Pass auf, dass du ihn nicht noch mal verlierst, Pedro. Bergauf fährt der Zug langsam. Hui! Bergab fährt der Zug schnell. Madame Gazelle, mir ist ein bisschen schlecht. Kann ich bitte nach vorne gehen? Maybe, Pedro. Du kannst nach vorne zur Lok gehen. Tufli-Tab-Tab, Tufli-Tab. Hallo, Pedro. Fühlst du dich nicht so gut? Möchtest du auch einmal den Zug steuern? Au ja! Tufli-Tab, Tufli-Tab, der Zug fährt auf und ab. Keuch und Schnauf, Keuch und Schnauf. Tufli-Tufli-Tab, Tufli-Tab. Ein Signalpfosten. Der ist auch auf dem Blatt. Hurra! Die Kinder haken den Signalpfosten auf ihrem Arbeitsblatt ab. Das Signal hat den Zug angehalten, damit jemand Wichtiges die Schienen überqueren kann. Es ist Frau Emte und ihre Freunde. Meno, wir hatten noch gar keinen Tunnel. Oh, es ist dunkel. Wir sind im Tunnel. Der Tunnel ist die letzte Aufgabe auf dem Arbeitsblatt. Hurra! Hurra! Endstation! Alle Mann, bitte aussteigen. Aber Madame Gazelle, wie kommen wir denn jetzt nach Hause? Hoho, Peppa, aber da sind wir doch schon. Der Zug ist einen großen Kreis gefahren. Fahrscheine bitte. Pedro hat wieder seinen Fahrschein verloren. Äh. Pedro, kann ich bitte meine Mütze wieder haben? Da ist Petrus Fahrschein. Ja, da habe ich ihn hingetan. Die Reise zum Mond. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Peppa spielt Titschball. Hihihihi. Schorsch und Edmund Elefant spielen mit ihren Weltraumspielzeugen. Hihihihi. Mond, Mond, Mond. Schorsch tut so, als ob der Titschball der Mond wäre. Ich habe gerade mit dem Ball gespielt. Au. Edmunds Spielzeug ist auf Peppas Kopf gelandet. Das ist lustig. Fliegt ihr zum Mond? Das ist doch nur langweiliger Weltraumkram für Babys, Papa. Das ist doch nicht echt. Aber der Weltraum ist echt, Peppa. Und es gibt Raketen, die fliegen zum Mond. Im Museum gibt es eine Ausstellung über den Mond. Sollen wir sie uns ansehen? Ja. Aber müssen wir dann wirklich zum Mond fliegen? Nein, Peppa. Wir fliegen nicht wirklich zum Mond. Wir fahren zum Museum. Okay. Das ist das Museum. Hallo zusammen. Wollt ihr zur Mondausstellung? Ja, Frau Mümmel. Fünf Karten bitte. Hier, bitteschön. Genießt eure Reise zum Mond. Oh, wir fliegen ja tatsächlich zum Mond. Nein, Peppa. Ihr tut nur so als ob. Hier entlang bitte für die Reise zum Mond. Herr Löffel führt die Tour. Oh. Bereit machen zum Abflug. Wir tun nur so als ob, oder? Genau, Peppa. Wir tun nur so. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Start. Start. Wir leben auf einem Planeten. Weiß jemand, wie er heißt? Erde. Das stimmt. Hahaha. Ich bin ja auch Experte im Weltraum. Es gibt noch sieben andere Planeten, die unsere Sonne umkreisen. Weiß jemand, wie sie heißen? Ähm... Der Merkur. Oh, sehr gut, Edmund. Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Neptun, Uranus. Edmund weiß alles über den Weltraum. Ich bin ein Schlauberger. Weiß denn jemand, woraus die Planeten bestehen? Die sind aus Pappkarton. Diese Modelle sind aus Pappkarton. Aber echte Planeten bestehen aus Stein und Eis und Gas. Aber der Mond ist natürlich aus Käse. Nein, der Mond ist auch aus Stein. Und das hier ist eine ernsthafte Tour. Also keine Witze. Da wären wir. Auf dem Mond. Das ist aber nicht der echte Mond. Oder doch? Nein, wenn es der echte Mond wäre, könntet ihr über meinen Kopf springen. Oh. Weiß jemand, warum man auf dem Mond so hoch springen kann? Die Schwerkraft. Oh, ja, das stimmt, Edmund. Die Schwerkraft hält uns alle auf dem Boden. Auf dem Mond ist sie schwächer. Deshalb kann man höher springen. Oh. Wir tun hier so, als ob wir auf dem Mond springen. Mit Hilfe der Wissenschaft. Das klingt beeindruckend. Wie machen Sie das? Mit starken Gummibändern. Alle werden an Antischwerkraft Gummibänder geschnallt. Auf einem nicht echten Mond zu springen, macht Spaß. Sagt Mondkäse. Mondkäse. Und das ist das Ende der Tour. Bitte hier entlang. Gibt es Bäume auf dem Mond? Nein. Gibt es denn Autos auf dem Mond? Nein. Gibt es vielleicht Mondläden? Nein. Das wäre doch Unsinn. Wir kommen im Mondladen. Wir haben Mondkarten, Mondbücher. Wir haben sogar Bilder von Schweinchen auf dem Mond mit einem Elefanten. Guck mal, das sind wir, wie wir auf dem Mond springen. Wir haben auch Mondstangen. Da ist ein Bild vom Mond mittendrin. Oh. Oder wie wir es mit echtem Mondkäse. Was kostet er denn, Frau Mümmel? Fünf Euro, bitte. Fünf Euro? Alles für einen guten Zweck. Jetzt mag ich den Mond. Er ist nämlich sehr interessant. Und sehr lecker. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Prinzessin Peppa. Es ist Schlafenszeit für Peppa und Schorsch. Gute Nacht, meine kleinen Schweinchen. Oma und Opa Wutz kommen zum Abendessen. Hallo. Hallo. Wo sind Peppa und Schorsch? Schlafen schon. Oh, ich wollte sie so gern noch sehen. Darf ich mal reinschauen? Na gut, Oma Wutz. Aber sei ganz leise. Oma Wutz. Oma Wutz. Hallo, meine Liebchen. Ihr solltet doch schlafen. Erzähl uns eine Geschichte. Also gut. Aber nur, wenn ihr versprecht, dass ihr gleich wieder einschlaft. Wir schlafen erst nach der Geschichte. Na schön. Also, es war einmal ein... Ein kleiner Junge. Der hieß Petro Pony. Und der fand eine Zauberbohne. Oh, ja. Also, Petro pflanzte die Bohne ein. Hin und daraus wuchs eine riesige Bohnenranke, die bis zum Himmel reichte. Ganz genau. Pedro kletterte an der Ranke nach oben und fand dort... einen schrecklich großen Riesen. Aber den will ich nicht. Ich will eine Prinzessin. Oh, ja. Da fand er die wunderhübsche Prinzessin Peppa. Und Sir Schorsch, den tapferen Ritter. Und ein Koch, der kochte das leckerste Essen der Welt. Mama Wutz, Papa Wutz und Opa Wutz warten mit dem Essen. Ich sehe mal nach, wo Oma Wutz bleibt. Und was kommt jetzt in der Geschichte? Ungezogene Oma Wutz. Du hast sie geweckt. Wir schlafen ja wieder ein, wenn die Geschichte fertig ist, Opa Wutz. Ich bin gut im Fertigerzählen, Oma Wutz. Du kannst runtergehen. Ich komme gleich nach. Da ist ein Junge, eine Bohnenranke, eine hübsche Prinzessin, ein tapferer Ritter und ein Koch mit dem leckersten Essen der Welt. Und als sie mit dem leckeren Essen fertig waren, schliefen alle ein. Ende. Und alle wachten wieder auf. Und dann kam ein Zauberer. Ein Zauberer? Ja, ein Zauberer. Der macht eine große Zaubershow. Ah, aber... Dann kam auch noch ein schrecklicher Drache. Krach. Oma Wutz, Mama Wutz und Papa Wutz warten immer noch mit dem Essen. Diese Gute-Nacht-Geschichte scheint nicht zu wirken. Ich bin hier der Experte für Gute-Nacht-Geschichten. Bei mir schlafen sie nullkommanichts. Krach. Ah, ein schrecklicher Drache. Peppa, Schorsch, ab ins Bett. Aber Opa ist doch noch nicht mit der Geschichte fertig, Papa. Die erzähle ich zu Ende. Ich komme in einer Minute. Also, da ist ein Junge, eine Bohnenranke, ein Schloss, eine hübsche Prinzessin, ein tapferer Ritter, ein Koch, ein Zauberer und ein schrecklicher Drache. Und ein sehr hungriger König. Sie speisten alle zusammen und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ende. Und dann gab es eine Party. Mit all ihren Freunden. Das reicht. Jetzt gehe ich mal besser rauf. Papa Wutz. Sie schlafen doch schon fast. Danke. Ich übernehme das hier. Du musst die Geschichte zu Ende erzählen, Mama. Dann aber schnell. Also, wo wart ihr denn? Es war einmal. In uralten Zeiten. Vor sehr langer Zeit. Mama Wutz ist aber schon ziemlich lange da oben. Ich höre schnarchen. Na, endlich. Peppa und Schorsch schlafen jetzt. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ende. Peppa, Schorsch. Schst. Mama ist eingeschlafen. Ich glaube, Prinzessin Peppa ist die beste Gute-Nacht-Geschichten-Erzählerin. Na klar, das bin ich. Der Brombeerstrauch. Peppa und ihre Familie sind zu Besuch bei Oma und Opa Wutz. Heute möchte ich gerne einen Apfel-Brombeerstreusel backen. Lecker. Und ihr tüchtigen Pflücker zieht los und holt das Obst. Ei, Ei, Opa Wutz. Wir haben Körbe für die Äpfel. Und wir haben Eimer für die Brombeeren. Also, das Einfachste zuerst. Äpfel pflücken. Ich zähle bis drei. Und dann Schüttelei. Eins, zwei, drei. Jetzt kommen die Brombeeren dran. Warum essen wir nicht einfach nur Apfelstreusel? Weil Brombeeren auch lecker schmecken, Opa Wutz. Na gut. Jetzt wird's kompliziert. Also, das nenne ich mal einen Brombeerstrauch. Dieser Strauch stand hier schon, als ich noch ein kleines Schweinchen war. Dieses wuchernde Unkraut. Ich hätte es schon vor Jahren ausgraben sollen. Opa, warum magst du den Strauch denn nicht? Ich mag einfach nicht, wie er mich anguckt. Dummer Opa, das ist doch nur ein harmloser Strauch. Indem es von Brombeeren nur so wimmelt. Schorsch hat ein paar große, saftige Brombeeren entdeckt. Vorsicht, Schorsch. Sonst verhedderst du dich noch. Mit dem Stock hier komme ich auch an die schwierigen Beeren dran. Schlauer Opa. Aber die besten Beeren wachsen hier ganz, ganz oben. Darum habe ich mir die Leiter mitgebracht. Ähm, lehn dich nicht zu weit vor, Mama Wutz. Keine Sorge, in diesem Brombeerstrauch bin ich schon als kleines Schweinchen rumgeklettert. Äh, ja, aber du bist kein kleines Schweinchen mehr. Ich weiß schon, was ich tue. Oh weh, Mama Wutz ist in den Brombeerstrauch gefallen. Mama, kommst du da raus? Äh, nein, ich hänge fest. Du bist gefangen in einem Dornenbusch, genau wie Dornröschen. Was? Es war einmal eine Prinzessin, die hieß Dornröschen. Eines Tages schlief sie in einem Dornenbusch ein. Und dort blieb sie hundert Jahre lang. Ja, eine wirklich schöne Geschichte, Peppa. Da kommt Luzi Locke. Hallo, Peppa. Hallo, Luzi. Meine Mama steckt in einem Brombeerstrauch fest. Und da bleibt sie jetzt für hundert Jahre. Genau wie Dornröschen. Und dann wird sie gerettet von einem hübschen Prinzen, der gibt ihr einen Kuss. Meine Mama erlebt gerade ein Abenteuer. Ich wünschte, meine Mama würde auch solche Abenteuer erleben. Könnte sich mal jemand drum kümmern, mich hier wieder rauszuholen? Mach dir keine Sorgen, Mama. In hundert Jahren kommt ein hübscher Prinz und rettet dich. Ich bin der hübsche Prinz. Opa Wutz, darf ich euch um eure Rosenschere bitten? Mit Vergnügen, tapferer Ritter Papa Wutz. Jetzt geht's dir an die Ranken. Nimm das, du dornige Halunke, du. Oh, mein Prinz. Meine Prinzessin. Eigentlich hätten sie da hundert Jahre drinnen bleiben sollen. Na danke, mir war das schon lange genug. Mama ist ein Brombeerstrauch. Und ich dachte, solche Sachen passieren nur mir. Schön stillstehen, dann pflücken wir dich leer. Und jetzt bringen wir das Obst nach Hause zu Oma Wutz. Oma, Oma, Mama hat ein Abenteuer erlebt. Und dann ist Mama in den Strauch geflogen. Sie hat ziemlich dumm geguckt. Und sie hat gerufen, Ah, hilft mir, Hilfe! Und dann ist Papa gekommen und hat sie gerettet. Ende. Danke, Peppa. Ich glaube, wir haben die Geschichte jetzt oft genug gehört. Aber sie ist doch lustig. Ich will jedenfalls nie wieder in meinem Leben eine Brombeere sehen. Heißt das, du willst auch keinen Apfel-Brombeerstreusel? Also, mh, wie lecker. Mama Wutz liebt Apfel-Brombeerstreusel. Alle lieben Apfel-Brombeerstreusel. O-O-O-O-O-O